Standards weisen den Weg zur Nachhaltigkeit. Regierungen, Unternehmen und Konsumenten nutzen Standards, um nachhaltige Produkte zu erkennen. Sie vertrauen darauf, dass der passende Standard positive soziale und ökologische Wirkungen erzielen kann. Es gibt hunderte von Standards und Zertifizierungsprogrammen, die auf unterschiedliche Themen eingehen und für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können. Öffentliche Beschaffer und Marktführer in Industrie und Handel verwenden viel Energie darauf, herauszufinden, welche Standards für sie am besten geeignet sind. Häufig jedoch entstehen dabei mehr Fragen als Antworten. Schlimmer sogar. Ein unzureichender Vergleich vermag vielleicht nicht einmal zwischen einem guten Standard und gutem Marketing zu differenzieren. Wir benötigen eine angemessene Methode, um Standards zu vergleichen. Eine, die Menschen mit den Standards zusammenbringt, die ihren Interessen entsprechen. Wir müssen die Unterschiede zwischen Standards verstehen und fundierte Entscheidungen darüber treffen, was glaubwürdig ist und was nicht. Wie können wir also einen sorgfältigen Vergleich anstellen? Eine Herangehensweise ist die Betrachtung des Inhalts. Nehmen Sie zum Beispiel einen öffentlichen Beschaffer, der nach zertifiziertem Holz sucht. Für ihn könnten bei einem Standard- oder Nachhaltigkeitssiegel Landrechte und Umweltfragen wichtig sein. Er braucht ein klares Bild darüber, wie gut die unterschiedlichen Standards diese Aspekte abdecken. Ein Standard könnte auf dem Papier gut aussehen, aber in der Praxis versagen. Wir müssen also berücksichtigen, was sonst noch die Wirkung des Standards beeinflusst. Ein stabiles Umsetzungssystem, das alles vom Auditverfahren bis hin zu wahrheitsgemäßen Produktaussagen regelt, ist äußerst wichtig für einen glaubwürdigen Standard oder ein Zertifizierungsprogramm. Nehmen Sie die Einzelhändlerin, die sich zertifizierte Kaffeebohnen wünscht, die sie bis zur Plantage zurückverfolgen kann. Ein gründlicher Vergleich wird ihr zeigen, welche Standards eine hinreichende Rückverfolgbarkeit bieten, aber auch, ob dieser Grad von strenge bestehende Handelsprozesse ineffizienter macht. Sie könnten einer von zehntausenden Wirtschafts- oder Regierungsfachleuten sein, die Nachhaltigkeitsstandards im Arbeitsalltag anwenden oder es in Erwägung ziehen. Sie verdienen es zu wissen, wie gut unterschiedliche Standards und Siegel zu ihren Anforderungen passen. Sie brauchen einen Weg, wie sie ihre Prioritäten mit klaren Fakten über glaubwürdige Standards übereinbringen können. Aus diesem Grund hat sich eine Gruppe engagierter Organisationen mit Experten aus aller Welt beraten und alles, was wir über glaubwürdige Standards wissen, in einem Online-Tool zusammengetragen. Dieses Tool wird ein wichtiges Instrument sein, um die Leistungsfähigkeit von Standards zu vergleichen. Es wird Regierungen, industriellen Abnehmern und Konsumenten helfen, bessere Kaufentscheidungen zu treffen. Und letztlich wird eine größere Transparenz hinsichtlich der Standards mehr Anreiz zur Verbesserung geben. Und das ist gut für uns und die Umwelt. Weitere Informationen über das Vergleichstool für Nachhaltigkeitsstandards finden Sie auf einer der folgenden Websites. Untertitelung des ZDF für funk, 2017